Es ist grundwarm in Europa. Seit dem Herbst 2023 reihen sich die extrem warmen Monate. Einige davon sind Rekordhalter mit dem höchsten Temperaturniveau seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen. Allen voran liegt natürlich der Februar 2024. Aber Rekordtemperaturen werden aktuell weltweit gemessen. Davon betroffen sind Regionen aller Kontinente. Die überhitzte Atmosphäre treibt die Temperaturen der Meeresoberflächen dabei auf noch nie zuvor gesehene Werte. Doch was passiert da gerade? Warum vollzieht sich diese Erwärmung so rasant? Blicken wir zunächst auf die Anomalie der Meeresoberflächentemperatur vom 27. Februar 2022. Da erkennen wir den La Nina Effekt anhand des zu kalten Wassers vor den Westküsten Süd- und Mittelamerikas. Sonst hingegen sind eher die warmen Bereiche in der Überzahl. Zwei Jahre später, am selben Tag, zeigt sich uns hingegen ein erschreckendes Bild. Nun haben wir es zwar mit El Niño zu tun, weshalb das Wasser westlich von Amerika von Haus aus zu warm ist, aber sowohl großflächig im Atlantik als auch im Indischen Ozean haben wir es ebenfalls mit einem extremen Wärmeüberschuss zu tun. Um der wahrscheinlichsten Ursache dafür auf den Grund zu gehen, fliegen wir mal westwärts über den Atlantik und Amerika hinweg in die Mitte des Pazifiks zum sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort liegt das Königreich Hunga-Donga und der Vulkan Hunga-Donga-Hunga-Hapa-Ei, der am 15. Januar 2022 eine gigantische, hochreichende Eruption verursachte, die die gesamte Troposphäre durchstieß, dort wo sich unser Wetter abspielt und sogar die Stratosphäre darüber. Beide Atmosphärenschichten sind äußerst klimarelevant und so gigantisch hat damals die Aschewolke beim Ausbruch ausgesehen. Hier ein weiteres Foto der Deutschen Presseagentur dazu. Und dieses Video zeigt, mit welch geballter Energie die Asche und der Wasserdampf nach oben katapultiert wurden. Normalerweise befördern kräftige Vulkanausbrüche Aerosole wie Schwefeldioxid, also SO2 in die Stratosphäre, die die Atmosphäre kühlen, nicht aber Hunga-Donga. In dessen Schlot ist nämlich mehr Wasser eingedrungen. Die gewaltige Explosion hat knapp 150 Millionen Tonnen Wasserdampf, dessen chemische Formel ja H2O ist, in die Stratosphäre gepumpt. Und Wasserdampf ist das weltweit wichtigste Treibhausgas und in rauen Mengen verfügbar. Der viele Wasserdampf in der Stratosphäre ist ja unsichtbar und lässt nun die kurzwillige, harte Sonnenstrahlung bis zur Erdoberfläche durch. Dort wird sie in Wärmestrahlung umgewandelt und genau diese kann nun viel schlechter in den Weltraum abgegeben werden, da sie durch den Wasserdampf geblockt wird. Fazit? Es wird also wärmer. Resümierend können wir sagen, dass wir hier das wissenschaftliches Neuland betreten. Bekannt ist jedenfalls, dass El Niño-Jahre wie 2024 global gesehen zu warm sind. Auch der elfjährige Sonnenzyklus, dessen Maximum im Sommer 2024 erreicht wird, trägt zur Wärmung bei. Und natürlich tut das auch der Klimawandel, an dem wir allerdings selbst schuld sind. Im aktuellen Fall jedoch sind mit Hunga-Donga obendrein höhere Mächte am Werk. Und damit könnten wir für die nächsten zehn Jahre ein Problem haben. So lange dauert es nämlich, bis sich der Effekt wieder abschwächt.